Das Kybalion In diesem Clip werde ich etwas über die hermetischen Regeln, die die universalen Gesetze unseres Lebens darstellen, erzählen. Es handelt sich um sieben Gesetze, auf die ich im Einzelnen später eingehen werde. Bereits vor 3000 Jahren wurden sie erstmals von Hermestris Megistus, dem dreifach größten Meister, benannt. Früher wurde dieses wertvolle Wissen in Geheimbünden nur an auserwählte Personen weitergegeben und heute noch erinnert uns der Name Hermes daran. Wir nennen etwas, was uneinsichtbar und gut weggeschlossen ist, hermetisch, verriegelt. Und das Hermetisieren beschreibt in der Chemie ein Abdichten. Die Gültigkeit dieser Gesetze ist unabhängig von deinem Glauben daran. Wenn du nicht daran glaubst, dir die auf eine eingeschaltete Herdplatte gelegte Hand zu verbrennen, so wird es dennoch geschehen. Und so wirken auch diese universalen Lebensgesetze, ob du daran glaubst oder nicht. 1908 erschien auf Englisch in Chicago zum ersten Mal eine Niederschrift des Köbayons. Woher der Name Köbayon kommt, ist bis heute nicht ganz geklärt. Unterzeichnet war das Werk mit »Die drei Eingeweihten«. Die Personen wollten also nicht namentlich in Erscheinung treten. Heute ist es recht sicher, dass William Walker Atkinson einer der drei Eingeweihten war. Beruflich als Anwalt und Kaufmann unterwegs, verfasste er als Autor mit beeindruckendem Fachwissen viele Bücher, mystischen und spirituellen Inhalts. Das Kennen der universalen Gesetze ermöglicht ein ganzheitliches Verständnis für das Leben und die Umstände, in denen du dich befindest. Sie bieten gleichermaßen Erklärungen und Lösungsansätze. Die hermetischen Regeln befreien dich aus der Opferrolle und helfen dir, die Eigenverantwortung für dich und dein Leben zu übernehmen. 1. Das Gesetz der Mentalität Das erste Gesetz besagt, dass alles im Universum geistiger Natur ist. Dass überhaupt alles geistiger Natur ist. Im Originaltext heißt es, dass All ist meint, das Universum ist geistig. In der Übersetzung wurde das Wort meint beibehalten, da es keine wirkliche Entsprechung im Deutschen gibt. Ich habe mich wie einige andere Quellen auch für den Begriff Geist entschieden. Das All ist also Geist und das Universum ist geistig. Dieser Geist war immer und er wird immer sein, jenseits von Raum und Zeit. Aus ihm wurde die Schöpfung geboren und dies meine ich im ganzheitlichen Sinn. Die Schöpfung des großen Ganzen ebenso, wie wir im Alltag von unserer geistigen Ebene heraus permanent schöpfen. Die Quantenphysik hat dieses Gesetz bereits bestätigt, indem sie den geistigen Ursprung als Grundlage von allem, was ist, nachgewiesen hat. Details dazu erläutere ich in meinem Video über das erste hermetische Gesetz. Da die Materie und die Lebensumstände Schöpfung des Geistes sind, sind sie durch diesen auch veränderbar. Es ist manchmal schwer zu verstehen, dass du Schöpfer deiner Realität sein sollst, wenn du dich in einer schwierigen, anstrengenden Lebensphase befindest. Die Erschaffung der Realität ist jedoch erstens häufig aus dem Unbewussten entstanden, durch Glaubensprogramme, Konditionierungen und verallgemeinerte Erfahrungen und zweitens gibt es einen kollektiven Geist, in dessen energetischem Feld wir uns aufhalten. Du siehst also, es bedarf eines hohen Bewusstseins und einer entspannten Achtsamkeit, das Wissen und Anerkennung dieses Gesetzes in seine praktische Anwendung zu bringen. Zweitens, das Gesetz der Entsprechung, auch Gesetz der Analogie genannt, wie oben, so unten, wie unten, so oben. Das Gesetz der Entsprechung beschreibt die Existenz von allem in allem. So wie ein Tautropfen die ganze Welt in sich inne hat. Wie im Großen, so im Kleinen ist allgemeingültig. Die kleinste materielle Struktur ist exakt so aufgebaut wie das Weltall. Der Film The Power of Ten von 1977 zeigt dies eindrücklich. Du findest einen Link dazu unter diesem Clip. Auf der energetischen Ebene findest du diese Analogie in dir selbst. Deine Lebensumstände spiegeln dein, wenn auch vielleicht unbewusstes, Denken und Fühlen wieder. Und deine Erwartungshaltungen tragen zur Erschaffung dieser Umstände bei. Wie innen, so außen. Dieses Gesetz bildet die Grundlage zur Schattenarbeit. Mit diesem auf C.G. Jung zurückzuführenden psychologischen Arbeiten erkennst du deinen Anteil an allem Erlebten an. Deine Sonnenseite an allem Schönen, was dir erfährt, aber auch deine sogenannte Schattenseite in den weniger schönen Erlebnissen. Du erkennst im Verhalten anderer dir gegenüber einen Anteil, den du selbst verdrängt hast. Damit kannst du Unbewusstes ins Bewusstsein bringen und somit erlösen. Das zweite hermetische Prinzip ist folglich für ein Verständnis sowohl den Gesetzen folgenden Ereignisketten im universalen Sinn als auch für das Heilen der Psyche im individuellen Erleben von großer Bedeutung. 3. Das Gesetz der Schwingung Nichts ruht, alles bewegt sich, alles schwingt. Dies kannst du an einem Atom sehen, dessen Elektronen auf winzigen Umlaufbahnen um den Kernkreisen. Dem zweiten Gesetz folgend, dem Kleinen, so im Großen, befindet sich dementsprechend alles in Bewegung, wobei das All die höchste und Materie die niedrigste Schwingungsfrequenz hat. Gedanken sind ebenfalls Schwingung. Sind die Gedanken hochschwingend, so ziehen sie auch hochfrequente, also fördernde Situationen und Lebewesen in dein Leben. Liebevolle, also hochschwingende Gedanken anderem zukommen zu lassen, verbessert deren energetische Signatur. Dies lässt der wissende Heiler in seine Behandlung einfließen. Auch du kannst ab heute das Wissen um das Gesetz der Schwingung konstruktiv nutzen. 4. Das Gesetz der Polarität Das Gesetz der Polarität besagt, dass alles seine Gegensätze hat. Alles hat immer zwei Aspekte und dennoch ist jeder dieser im Anderen enthalten. Das Yin-Yang-Zeichen zeigt dies auf eine einfache und geniale Weise. Die Betrachtung nur einer Seite bedeutet Verleugnung oder Verdrängung der Existenz des Ganzen. Jede Medaille hat zwei Seiten, wenngleich nur eine sichtbar ist. Die Zusammengehörigkeit der unterschiedlichen Pole zeigt sich gut im thermischen Bereich. Heiß und kalt sind Gegensätze. Dennoch beschreiben sie das gleiche Thema von unterschiedlichen Enden der Skala aus, die Temperatur. Und auch du hast mit einem weiblichen Anteil, nach C.G. Jung-Anima genannt, und einem männlichen Anteil, Animus, die Polarität in dir, unabhängig davon, ob du weiblich, männlich oder divers bist. Zum Gesetz der Polarität gehört auch der bereits erwähnte Schattenanteil in dir, der verdrängte und ungeliebte Anteile beheimatet, die oft erziehungsbedingt entstanden sind, da dir erzählt wurde, du darfst nicht wild sein, nicht laut, nicht ungestüm oder nicht fordernd. So hast du in deinem Vorstellungsbild des Ich-Bewusstseins die Pole bekannter und verdrängter Persönlichkeitsanteile. Diese verdrängten Schattenanteile gehören jedoch auch zu dir. Vielleicht magst du auf die Suche nach ihnen gehen, denn C.G. Jung sagte, willst du gut sein oder ganz? Fünftens, das Gesetz des Rhythmus Das Gesetz des Rhythmus besagt, dass alles in bestimmten Rhythmen fließt. Der Ausschlag des Pendels nach rechts ist das Maß für den Ausschlag des Pendels nach links. Die Bewegung des Lebens äußert sich schwingend im Gesetz der Polarität folgend in Rhythmen. Die Natur kennt keine Zeiten, sondern sie pendelt in Rhythmen wie die Tageszeiten, die Jahreszeiten, die Gezeiten, Ebbe und Flut oder die Mondphasen. Das rhythmische Schwingen des Pendels ist überall offensichtlich. Im ewigen Kreislauf des Werden und Vergehens, von Aktion zur Reaktion oder in deiner Stimmung. Goethe sprach von himmelhoch jauchzend, zur Tode betrübt. In der Polarität schwingt das Pendel rhythmisch zwischen dem höheren Selbst und dem Ego hin und her. Wenn du dir den Einfluss dieses Gesetzes vor Augen führst, kannst du zum Beobachter werden und so gegensteuern, wenn das Pendel Richtung niedriger Bewusstseinszustand schwingt. Laut der Hermetiker lässt sich der Meister nicht mitziehen, sondern er nimmt die Bewegung betrachtend wahr und neutralisiert sie so. 6. Das Gesetz von Ursache und Wirkung Das sechste Gesetz besagt, dass jede Ursache eine Wirkung hat, jedoch auch jede Wirkung eine Ursache. Alles, was geschieht, geschieht aus einem bestimmten Grund, der Ursache. Und Zufall beschreibt die noch unbekannte Ursache für etwas. Manchmal liegt die wahre Ursache hinter einer längeren Ereigniskette verborgen. So kann zum Beispiel ein Erdrutsch als Ursache für ein verschüttetes Haus gesehen werden. Dieser Erdrutsch war aber lediglich das letzte Glied aus der Ereigniskette von Erweiterung eines Urlaubsgebietes, Abholzen eines Hanges für Skipisten und daraus resultierende Erderosionen. Auch dein Verhalten, deine Gedanken und Gefühle sind Ursachen, deren Intensität häufig unterschätzt wird. Gleichzeitig sind Verhalten, Stimmung und Gedanke auch Wirkung, denn sie resultieren aus vergangenem oder unmittelbarem Erleben. Das Wissen um das Gesetz von Ursache und Wirkung macht dich zum Regisseur deines Lebens, denn nun kannst du Einfluss auf Stimmungen und energetische Situationen nehmen. Es führt dir auch deine Verantwortung vor Augen, denn egal, welche Entscheidungen du für dein Leben triffst und auch keine Entscheidung zählt als solche, du wirst die Wirkung, also die Konsequenzen, daraus tragen müssen. Das siebte Gesetz besagt, dass alles ein männliches und ein weibliches Prinzip in sich trägt. Wie du bereits beim Gesetz der Polarität erfahren hast, tragen wir alle weibliche Anteile als empfangend und männliche Anteile als gebend in uns. Auf der physischen Ebene zeigt sich dies in der Befruchtung der empfangenden Eizelle der Frau durch das abgegebene Spermium des Mannes. Aus der Verbindung männlich-weiblich ergibt sich immer etwas. Ein Lebewesen, eine Situation, eine Sache. Denn jede Materie hat auch beide Anteile in sich, da sie aus Atomen besteht, deren negativ geladene Elektronen als männliche Energie um den Atomkern schwingen, der mit positiv geladenen Protonen besetzt ist. Positiv und negativ beschreibt hier den Ladungszustand und ist wertneutral. Auch Situationen enthalten beide Energien. Weiblich ist der intuitive, kreative, empfangende, feinfühlige Anteil und männlich ist der gebende, ausführende, kraftvolle und handelnde Anteil. Selbst Telepathie beinhaltet die Pole männlich und weiblich. Der ausgesandte Gedanke ist der männliche Pol und der weibliche Pol wird durch das Empfangen des Gedankens vertreten. Idealerweise wird bei dir die weibliche und die männliche Energie im Gleichgewicht sein, unabhängig von deinem Geschlecht. Und das ist der Gedanke ist der Gedanke ist der Gedanke. Das ist der Gedanke ist der Gedanke. Vielen Dank.